Moin Moin und herzlich Willkommen zu einem weiteren Video bei mir auf der LF Marsch Spierbach. Als erstes wünsche ich euch einen schönen Start in die neue Woche, einen schönen Montagabend. Ja, was liegt bei mir jetzt heute an? Ich habe die Nacht wieder jetzt geschlafen und bin jetzt gerade hier mit dem Cereon unterwegs, die Zufel 1. Da will ich Herse anpflanzen und auf die 15 soll ich dann auch noch Herse. Auf die 14 werde ich wahrscheinlich Afer machen. Da jetzt durch die neuen Produktionen kann man das jetzt auch weiter verarbeiten, nicht nur verkaufen. Ja, es ist jetzt 20 vor 7 in game. Ich hoffe, es wird sich keiner der Nachbarn hier jetzt gleich gestört fühlen. Aber da ich halt ein bisschen mehr auf dem Zettel habe, muss ich halt auch ein bisschen früher anfangen zu arbeiten. Da vorne muss ich gleich noch den Glas wegfahren, der steht noch am Weg. Den können sich eigentlich auch mit Autodrive zum Händler schicken. Da der Überladewagen eh gemütlich ist. Wenn ich dafür keine Verwendung mehr habe, kann ich mich immer wieder zurückgeben. Ja, und des Weiteren bin ich noch auf Feld 12 noch mit dem Roggen beschäftigt. Auf 65 wird auch noch bei der Hände das Währungslasten vorstellen. Und dann schicke ich jetzt mit Autodrive zum Händler. So, gute Fahrrad. So, gute Fahrrad. So, gute Fahrrad. Jetzt hoffe ich, dass ich hier weitestgehend störungsfrei ansehen kann. Wenn die Saat noch etwas zügig in die Erde kommt. So, geht's ist es. So, geht's? So,�� blau? Aber im Großen und Ganzen denke ich mal, klappt das Tabfahren eigentlich gut oder gut. Cosplay und Autodrive arbeiten ziemlich gut miteinander. Soll das Tabfahren eigentlich gut. Soll das Tabfahren eigentlich gut. Oh, ein kleiner Stück zurück, damit die Ege auch treffe. Oh, da muss ich noch mal ein Stück zurück, da habe ich nicht alles getroffen. Oh, da muss ich noch mal ein Stück zurückziehen. Oh, da muss ich noch mal ein Stück zurückziehen. Ich hoffe, dass sich das Problem da gleich mal alleine löst. Oh, da muss ich noch mal ein Stück zurückziehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020